Was soll denn jetzt tun? Ich hab gar nichts gemacht. Es ist doch gar nichts. Hä? Hä? Ich hab' noch nicht geschafft. Wir müssen schon wieder raus. Ich weiß es. Jetzt ist ja an zwei gehen. Jetzt ist gleich nur noch ein Haftchen, wie ich das beweisen darf, dass ich ein paar unheimlich betroffen war. Mein ganzes Leben mit ihr steht auf dem Spiel. Mann!